Was für ein Pokémon bist du, du kannst so viele Dinge tun, du trägst ein Geheimnis tief in dir. Sieht aus wie ein Geist-Programm. Ich glaube, ich weiß sogar, ist es schwarz-pink? Nein. Aber es ist Geist, oder? Ich glaube nicht. Ist es pink? Einfach nur pink? Nein. Oh Mann. Alles klar. Ja okay, ich habe mir die Augen ein bisschen übertrieben. Es ist nie ein Pokémon, was ich... ich habe das noch nie gespielt, noch nie gesehen so an sich jetzt im Spiel vor kurzem. Welche Generation ist das? Eine gute Frage, ähm... Dritter. Ja. 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 Das ist legendär. Ja. Das ist eins von Diamant Pearl. Das ist eine von diesen drei, ne? Das eine ist blau, das eine ist pink, das andere ist gelb. Nein. 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 Dann habe ich keine Ahnung. Also eigentlich ist es jetzt so ziemlich perfekt getroffen, also ich... Da könnte man vielleicht noch so... Alter, diese scheiß... Scheiß... Nachricht da! Mann! Geh weg! Ne. Kenn ich nicht. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Echt nicht? Ne. 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 Das macht Logvia aus. Mann! Das... Das löst bei mir irgendwie sowas aus wie... Digga, das kennst du. das kennst du sowas von. Es ist brutal ander! Korrekt. Oh Gott! Hast du schön gemalt, oder? Ja, ist echt nice. Ich bin irgendwie noch bei legendären Pokémon fest. Deswegen hab ich die ganze Zeit legendäres Pokémon dann... Scheiße, man, wir hatten doch gar nicht gesagt legendäre Pokémon. Ah, fuck. Ich hab mir voll viel Mühe gegeben. Ja, das sieht auch voll cool aus. Ist es pink? Was? Ist es pink-rose? Nein. Aber es ist Pflanze oder Käfer. Ich kenn es. Das heißt nicht Hopsprost oder sowas, ne? Nein, aber es gibt eins. Oder ist es Gift? Ich kenn es! Wer sagt es was? Ja, überleg, äh... Hat es Weiterentwicklungen? Ich glaub nicht, oder? Doch. Hat es? Hat es. Und wenn du die Weiterentwicklungen kennst, dann kannst du dir vielleicht auch den Namen denken. Spiele ich aber nicht. Kreis an Pokémon ist das, was ich nie gespielt habe. Also ich hab ganz, ganz wenig Yu-Gi-Oh, äh, äh, Pokémon den Anime gesehen. Die hab ich ein einziges Mal gesehen. Aber die kam da ab und zu mal vor und war mega nervig und hässlich. Die hab ich ein einziges Mal gesehen. Das war bei Lannificate, bei den hässlichsten Pokémon der Welt, glaub ich. Ja. Das war's. Bis zusammen. Nein. Nein. Oh, 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 so ein Seepferdchen. Äh, ähm... C... C... Cedra King. Ja. Ja. Das muss ich zu Ende machen. Jetzt muss ich zu Ende machen. Jetzt muss ich zu Ende machen. Und in der letzten Woche auch. Ich binirs Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020